Ich kann mir noch nebenbei eine Disney-Plus-Serie an, okay? Cool. Ja, ich sag's nicht, ich würde es fühlen, Alter, so. Oh, Fressen, warte, da passiert gerade was. Schön, wenn es ein Ch-ch-ch-chip-chip-und-chip-trenn an. In der Zeit. In diesem jeden Fall, egal, was ich auch tun. Ch-ch-ch-chip-chip-und-dale. Das ist so... Triggernd. Egal. Und damit... Moment, Moment, komm gleich, komm gleich, komm gleich. Willkommen zu einem neuen Metronom- Legendären Metronom-Battle ohne legendäre Pokémon mit dem legendären Timo, ey! Na, Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Wenn nicht, dann geht es euch jetzt gut. Richtig. Wisst ihr, ich gebe euch jetzt mal einen Geheimtipp fürs Leben, okay? Passt auf. Ja? Wenn ihr kein Haus habt, dann kauft euch doch einfach eins. Erkennst du das Video? Nein. Erkennst du nicht? Da war so eine... Da war so ein... Das ist so ein Mädel, die sagt so... Ich verstehe nicht... Also, sie hat es auf Englisch gesagt. Ich verstehe nicht, warum Leute oft nachlos sind. Kauft euch doch einfach ein Haus. Was? Was ist so los? Ich sage, es ist fast noch schlimmer, als Leuten mit Depressionen zu sagen, habt doch einfach keine Depression mehr. Also halt legit. Das ist... Bro! Das ist wirklich dumm, halt pur. Wie kann man so sein? Ich... Ich... Keine Ahnung. Vor allem, es kam eine krasse Kunstpause. Ich dachte, es kommt jetzt mir was krass. Und dann so... Kauft euch einfach ein Haus. Und ich so... Okay. Und damit... Hallo Leute. Das ist ein Metronomen Battle. Kein Hauskaufs-Beratungs-Video. Ja, ich würde den Leuten hier gerne ein Haus verkaufen. Hallo Leute. Eine Waschmaschine gibt es gerade erst dazu. Und zwar haben wir endlich mal Entwicklung von alten Pokémon Metronomen Battle. Natürlich gibt es nur sechs Stück. Das heißt, wir haben auch Sibuna und Zwirffins dabei. Bei Voluminas war nicht drin. Weil erstmal wollte ich Voluminas drin nehmen. Aber Voluminas ist ja gar nicht drin. Schwierig. Voluminas ist gar nicht drin, ne? Wichtig. Richtig. Und deswegen haben wir halt jetzt die beiden aufgefüllt mit Entwicklungen aus älteren Generationen halt trotzdem. Weil Sibuna ist ja eine Entwicklung von Sneebel und Sneebel kam ja in Gen 2. Ja. Und welches? Beziehungsweise welches ist euer Lieblings-Pokémon von Pokémon, die eine Entwicklung dazu bekommen haben? Ich glaube, bei mir ist es... Ich muss kurz kurz nachdenken. Also von den schweren Schildmons wüsste ich zwei. Uff, von den schweren Schildmons wüsste ich alle. Ja, ich finde die alle nice, aber ich sage von den schweren Schildmons, Lauchzelot und Barrikadak sind insane. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und von allen... Oh, Stimuna, Voluminas... Dogeklaue? Alles sein. Oh, yo, Alter, wäre das auf Dingskiger auf Gorgaston, der wäre tot gewesen. Der wäre aber komplett tot gewesen. Aber halt wirklich... Richtig tot. So, jetzt gönn mal einen Nahkampf. Waldesfluch. Jetzt mache ich zu einem Geist-Pokémon. Ja, okay, der ist schon Geist-Pokémon. Ist der jetzt kein Boden-Pokémon mehr? Ne, dann nimmt das ja mal zusätzlich. Ach, ne, Pflanze. Oh, der ist Pflanze-Boden-Geist. Oh. Das ist gut, weil du hast eine 4-Reiß-Schwäche. Steinwurf, okay. Ja, das würde nicht viel machen. Ich habe auch keinen Angriff. Leute, ich musste Bruchrüstung nehmen. Ich konnte nicht die andere Fähigkeit nehmen, weil Unheizungskaper wäre kritisch. Autotomie, yo. Autotomie. Jetzt hat er nicht mehr 30-Speed oder so, Timo. Jetzt hat er nicht mehr 30-Speed. Ja, jetzt hat er nicht mehr 30-Speed. Blautselot ist auch mies langsam, oder nicht? Ja, ne. Spielst du im Trick-Room? Ja, ne, er ist 65-Speed für euch. Ich sage auch einer tolle Schneller. Flammenwurf. Burn wäre knackig. Ne, wäre jetzt nicht so knackig. Wann fahren wir mal auf? Eischen. Ne, spezielle Angriffe sind genau richtig. So, wollte er, okay. Ja, ist, na, alles okay. War doch klar. Ja, ist okay. Eichsperr. Oh, auf Gorgerson, auf Gorgerson. Oh nein. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Ne, die Bruchrüstung wird jede Runde getriggert. Wenn ich dich fünfmal treffe, bist du hin. Ja, zweimal treffen wäre jetzt ganz sweet. Da wärst du halt auch plus zwei Speed, ne? Ja, zweimal. Das reicht jetzt. Das reicht. Gönn. Gönn nicht. Ich muss nicht in Bruchrüstung spielen. Ich muss nicht in Bruchrüstung spielen. Ja, ich weiß, ich gönn's dir eigentlich nicht, aber ich gönn's mir. Nein. Noch einen. Einer noch und dann bist du tot. Bitte nicht, Gorgerson. Guck mir das nicht an. Wieso tust du mir das an? Oh, okay, okay, okay. Die Sache ist, die Mehrfachattacken ist das Schlimmste, was für ein Bruchrüstung passieren kann. No joke. Donner. Oh, puh. Holy shit. Der wäre sogar auf Barrikadax gegangen. Der hat sogar einen übelst hohen Spezialangriff, ne? Ja, richtig. Der hat 145. Nein, ich habe auch noch toll. Nein. Das hätt ich halt richtig gefühlt, Alter. Glaubst du, Gorgerson ist schneller als Barrikadax? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt auf einmal ist es auf jeden Fall. Ja, plus sechs Initiative. Das ist plus drei. Geht es plus zwei bei Bruch? Ja, plus zwei geht es. Nee, plus zwei. Sicher? Plus zwei innert, minus eins Verteidigung, glaube ich, ja. Okay, Items funktionieren nicht mehr. Schade. Ich wollte meine Items auch gar nicht. Hauptsache, wir bekommen kein Zauberschloss, sage ich. Oh ja. Bitte jinx es nicht. Dann wäre problematisch. Schuss, Barrikadax, Zähschuss. Zähschuss, mächtige Attacke. Oh, sieht aber. Kannst du mich jetzt mit normalen Kampfattacken angreifen? Nee, denn, no, nee, 100% Genauigkeit ist jetzt auf dich. Ah, okay, Ablight-Team. Oh, auf Barrikadax. What is the finest day? No. Okay, immerhin ist der full life. Ich sage immer, nee, der ist nicht ganz full life. Ja, okay. Alter, Ablight-Team, ich muss so los. Alter, Barrikadax wäre zu. Also, ist so tot gewesen. Richtig tot, Alter. Aber Mautzinger, der läutert jetzt alles. Der hat erstmal alles geläutert. War nice. Ja, also, Dynamons haben gerade nicht so viel Bock, was ich nice finde. So, Gorgerson, jetzt mal so eine Litzewende. Ich hätte wohl, der wäre noch Ognazoll draußen gewesen. Ja, Fesselbiss. Ja, ist trash. Aber ich kann ihn vielleicht mal auf Zinger killen. Ja, egal. Was ist das für eine Attacke? Das ist doch die Attacke von Kamal. Kamal, ah ja. Was für ein Krieg. Ich glaube, Unlicht-Attacke. Ah, okay, okay. Blubstrahl. Blubstrahl. Insane. Gegen Gorgerson kannst du gerne einsetzen. Ich gehe auf beide. Nee, das Blubber wäre auf beide. Stimmt, drop die in it. Das wäre cool gewesen. Bitte macht nichts krasses. Das ist ja fett spitz. Ja, Rauchfolge. Ja, ist aber auch echt ätzend. Kann richtig gut sein. Vor allem auch Barrikadax, weil der ist noch full life. Ja, Barrikadax ist halt richtig gefährlich noch. Ja. Ich würde dich entfehlen, Schlagschutz auf den. Ich freue mich, was für eine Fähigkeit du hast. Ich bin ehrlich. Uh, Ladungsschluss. Ist das gut? Adrenalin? Bitte nicht Barrikadax, bitte nicht. Ja, aber wenn du Adrenalin hast, Timo. Ich schaue nach, was ich habe. Habe ich Adrenalin? Ich glaube nämlich, das wäre gerade das Beste, was hätte passieren können. Vor allem in der Situation, wo wir drüber reden. Nee, habe ich nicht. Ah, okay, alles auf. Ich habe achtlos. Ja, okay, nehme ich, nehme ich. Finde ich gut. Ah, shit. Jetzt habe ich mich selbst geparrabt. Stachelfinale. Ja, der killt nicht. Der killt nicht. Ja, aber das macht Damage halt. Ja, aber auch nicht so viel. Ja, das ist mir gar nicht so. Alter, schau dir das auf die Lauchzlott vor. Aber das ich nicht geparrabt habe, ist echt kritisch. Vor allem nur für mich. Das ist halt richtig nice. Ja, Lauchzlott. Vor allem nur mich. Also heute haben meine Mons richtig Bock. Ich sage, wir haben einen tollen da draußen. Hey, by the way, wir sind gleich auf die Narben eingegangen, ne? Achso, ich wollte. Ich wollte. Doch. Doch, hast du noch. Dunkelnebel. Warte. Oh, nice. Huh. Und die Full Parade. Nice. Ich habe so Spaß. Dein Herdner und dein Ding ist weg. Und die Rauchwolke. Ja, das war nur gut für mich. Ja, das stimmt. By the way, ich mache deine, heißt das. Bei mir. Ich mache deine. So, deine ist jetzt immer noch der schnellste Weg in Barrikalax, weil er paralisiert ist. Nice. Donnerzahn. Ja, Mautzinger, hau ihn weg. Mautzinger, bitte. Ja, du hast einen roten Bereich, Timo, sage ich. Aber der hat eine gute Dev. Der hat 100 Dev oder so, glaube ich. Ich weiß, ich habe 100 Dev. Und schon wieder die Full Parade. Ich muss so los, Present. Ja, Barrikalax hat keinen Bock. Jetzt noch eine Aurasphäre. Auf geht's. Kraftkundenfrau. Ich muss so los. Das wird, glaube ich, nicht killen. Doch, das killt. Hier war effektiv. Ei, 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 ei. Ich habe so viel Pech. Das war jetzt gerade eine pure Zerstörung. Ich sag, ich bin noch drin. Ich wollte gerade sagen, weil hier, Gorgason ist fast tot. Und... Laufzellot nicht. Er ist full life. Aber du hast halt nur noch zwei Mons. Und Mautzinger war so langsam, dass er nicht mal dran war. Also, ich wollte doch Laufzellot. Ja, ich wollte halt auch Laufzellot. Man kann nicht alles so leben haben. Schwächenschutz. Aha. Fehlschlagschutz. Fehlschlagschutz, ja. Vor den letzten Kombi, Alter. Aber die Sache ist, ich habe einen Rauflust noch. Das gefällt mir gerade richtig in der Situation. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir halt richtig. Es wäre nice, wenn das für beide auf dem Feld wirken würde. Ich glaube, bitte auf, 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 auf. Auf, 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 auf. Ach, ich muss so los. Du hast so viel Glück gerade. Ich habe so viel Pech. Ja, Theo, du hast auch auf, auf, auf. Und den E-Dropking-Sawdor ist nicht hundertprozentig gegen ihn. Ja, doch ist hundertprozentig gegen ihn. Doch ist so. Warte, die sind beide langsamer. Felsgrab droppt immer die Initiative. Ah, ich weiß ja jetzt nicht. Wieso sind die langsamer als Gorgaston? Ist das Gorgaston so schnell? Scham, jawoll. Ja, also, wie soll ich sie sein? Ey, ich treffe aber auch immer nur die Feinden, Mann. Also, ich beschwerfe mich nicht. Ich meine, ich bin jetzt auf minus drei Angriffstimmung mit Gorgaston. Das ist ja auch problematisch. Stabile. Bitte auf Gorgaston, bitte auf Gorgaston. Okay, gut. Ja, das stirbt. Ja, weißt du, ich sag, du kannst das hier noch holen, ne? Natürlich kann ich das hier noch holen. Aber ich sag, am wichtigsten ist es, dass, ähm, dass Sirfetched gekillt wird. Den muss ich irgendwie mit Eiseskälte oder so wegwerdern. Also, ich mach die Geister. Was, ich? Deine Geister? Ja, ich mach deine Geister. Ja, ja, deine. Ich mach deine Geister. Ich mach deine Geister. Na, danke, Präsenz, was du meine Geister machst, dann muss ich sie nicht machen. Ja, ich mach sie, ich mach sie. So, Pantyfrost, ist jetzt das schnellste Mal auf dem Feld. Nice, nice. Fußgeg, richtig nice. Solange Sirfetched ihn nicht bekommt, Alter, ist alles gut. Alter, Sirfetched mit Fußgeg wäre sick gewesen. Flammenblitz. Ja. Ich sag, er bekommt ein Recoldamage. Und es war halt eine gute Death. Ja, ist okay. Gegen Zwölfels wäre es, glaube ich, besser. Rauch, es geht weg. Na, warte. Ja, doch. Okay, let's go. Das war, das war gut. Das war gut. Das ist ganz, ganz problematisch. Das war gut. Aber wenn ich jetzt Sirfetched angreife. Boah, Schnabel. Wenn ich jetzt auf Sirfetched. Wird auf Sirfetched. Ja, ja, ja. Nein. Aber jetzt kriegst du rauf, Lustig. Oh, stimmt. Bitte kill den einfach, Zwölfels, bitte. Nee, kill den nicht. Zwölfels, bitte. Schadenstoß auf Ausgleich. Na, laufzulon. Ich dachte gerade, mein Laufzulon greift an. Fingale-Formation. Yo, let's go. Alter, wie sick sich das denn aus, wie der leuchtet. Wenn er seinen Mund aufgemattert hat. Okay, Sirfetched ist jetzt richtig dick. Der ist sehr dick im wahrsten Sinne des Wortes. Der kann jetzt nicht mehr fliehen. Oh, Mann, wie schade. Ich glaube, Panic Force ist immer noch schneller. Ich muss, ja, ja, safe. Aber ich muss Laufzulon killen. Ich muss Laufzulon um den killen. Ja, bitte nicht, Mann. Bitte nicht. Sankt, oh Mann, wieso geht nicht rauf, Lust für beide auf dem Feld. Das wäre so nice. Okay, guck mal, Sirfetched ist sogar auch noch schneller. Ja, Laufzulon gönnen, Triplette. Ja, nein, nein, stopp. Gönn, freeze, para, freeze, 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 nix, 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 nix. Okay, gut, gut, gut. Okay, gönn jetzt irgendwas krasses. Irgendwas richtig krasses. Body slam auf Panic Force. Bitte auf Panic Force. Ist egal auf wen. Ja, Panic Force hätte ich genommen, weil Laufzeit ist doch gut. Ja, ist okay. Okay, okay, okay. Ich bin halt jetzt wirklich wieder drin. Das Problem ist halt, dass Panic Force die ganze Zeit nur Kampfattacken bekommt. Ja. Oh, yes. Ging zwei Geist, das ist halt schwierig. Oh, yes. Oh, yes. Ich bin wieder richtig drin. Du bist richtig. Der oben schritt auch noch sogar. Let's go. Ja, ich würde sagen, jetzt mit dem ganzen Fecht, ne. Kann jetzt ganz viel Glück. So, ich mach deine Geister platt. Geisterplatt. Mal schauen, ob ich sie platt mache. Das ist jetzt die Frage. Jetzt ist es wirklich so. Es sind nur die beiden Geister auf dem Fecht. Hitzewelle. 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 Wenn ich sie bekomme, würde ich es nehmen. Ja, okay. So. Platt. Äh, Abschlag. Steinkante. Auf Zwirvins. Auf Ognazoll, auf Ognazoll. Hast du auf beide eigentlich okay, weil der hat eine gute Def und der andere ist plus eins. Der von hat auch viel HP. Ja, gut. Das stimmt. Das stimmt. So, äh, Blizzard, Eigelstrahl, Fliegen. Ja, ist okay. Ja, Fliegen. Wird solange halt nicht angegriffen. Solange ich Pantyfrost jetzt nicht fokuse, ist es okay. Ja, doch, kannst du gerne machen. Kampfattack auf Wee-Bike. Kampfattack auf Wee-Bike. Doch, doch, gerne auf Kantyfrost. Kratzer. Ah, okay. Kratzer hat Geister verfehlt. Zirvins, bitte. Vergeltung, bitte. Nein. Oh, das wäre so krass gewesen. Das wäre so stark gewesen. Ich meine, du hast noch nicht so viel KP verloren, aber es wäre schon. Nein, Vergeltung ist, wenn du als letztes dran bist, macht es mehr Schaden. Stimmt, er wäre ich gestorben. Trau fest, okay. Weil vielfach Kampf. Ja, natürlich ist es gestorben. Alter, wie ist das aus? Ja, aber das ist so viel. Ja, das ist nicht so krass. Was war noch mal Helmungslos? Ja, Screens macht das Heil kaputt, ist jetzt egal. Ja, das ist echt komplett egal. Ja, wie gesagt, Alter, das sagt man richtig Insane. Ja, ist doch beide richtig gut. Sick. Ah, kein Burn. Burn, 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 flinch. Ja, warte. Flinch, du bist langsamer. Langsamer, stimmt. Flinch, Entfessler. Die mächtigen Kräfte wurden entfesselt. Ich weiß es noch nicht so genau. Also, Ognathol wäre so nice, wenn er jetzt noch einen Move rausbekommt. Das Problem ist halt, dass ich so langsam bin. So, Ice Sieb. Aurora Strahle. Ognathol, nicht auf. Bitte geh auf Zürfitz. Ognathol, okay. Nein, Ognathol, bitte. Siehst du jetzt, weil ich sie nur noch zürfen. So, Pantyfrost. Aber du bist halt in allem gewoostet. Das ist halt auch problematisch. Und es ist ein wunderbarer, dass ein Blatt Papier. Pantyfrost, auch. Felswerfer, oh nee, das ist richtig trash. Du musst du das aussetzen? Und bitte mach nicht so viel. Bitte mach nicht so viel. Doch, mach viel. Mach viel. Oh. Das war ein Crit, oder? Das war ein Crit. Ja, ich wusste es. Oh nein. Okay. Okay, jetzt dürfen wir uns bitte Erdbeben, 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 Erdbeben. Titan. Erstmal eine Runde Team time. Aber das war es dann wohl mit meiner Beere. Eine leckere Beere auf jeden Fall. Anti-Guist. Eine leckere Polyobeere. Ich hatte auch eine Polyobeere. Ah, gut. War auf jeden Fall nice. Okay, Abschlag, Abschlag Nein, 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 nein Gönn mal ne Verwirrung Nein, das gibt es nicht, Zwiffens, Alter Ich schwöre es dir, ich weiß, wo du wohnst Oh, das ist ein Geist Okay, bitte, EQ, 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 EQ Erdbeben Momentum Jetzt weißt du nicht mehr, wo er wohnt, Alter Du kommst mir nicht nach uns, Zwiffens Ich werde dich finden Moment, können Geister überhaupt sterben?